und herzlich willkommen zu lindemanns wochenschau ich freue mich dass ihr wieder dabei seid ja liebe freunde das ist die osterwoche in berlin im abgeordnetenhaus sind schulferien auch das abgeordnetenhaus hat entsprechend ferien ich war übers wochenende bis anfang der woche für euch unterwegs gewesen in bulgarien mit unseren bulgarischen freunden und habe mich da einmal informiert über die eu außengrenze zwischen bulgarien und der türkei die eu außengrenze zwischen bulgarien und der türkei ist löchrig wie ein schweizer käse gewiefte schleuser geschulte schleuser schaffen in weniger als fünf minuten diesen zaun aufzuschneiden und dann innerhalb kürzester zeit 50 100 menschen durch dieses loch durch nach bulgarien zu schleusen das problem ist natürlich dass die gegend dieses grenze gelände der grenze sehr unwegsam ist und auch sehr schwer mit pkws befahrbar ist lediglich mit jeeps die bulgarische grenzpolizei ist schlecht ausgerüstet der zaun ist es nur ein zaun mit stacheldraht zwar aber nur ein zaun kein doppelzaun es gibt nur stellenweise kameraüberwachung keine komplette kameraüberwachung und es gibt auch keine regelmäßigen grenzposten ehemalige grenzposten aus zeiten des kalten krieges sind alle sämtliche verlassen zum teil sehr zerfallen denn wenn wir uns erinnern bis 1990 war die grenze zwischen bulgarien und türkei die grenze zwischen dem warschauer pakt und der nato ja also eine starre grenze des kalten krieges und zu dieser zeit konnte die grenze so überwacht werden dass niemand ungehindert illegal über die grenze überqueren könnte jetzt kommen täglich hunderte tausende niemand weiß es genau über diese grenze nach bulgarien und das problem ist natürlich dass die menschen die nach bulgarien kommen gar nicht in bulgarien bleiben möchten denn die menschen die nach bulgarien kommen wollen weiterziehen zu uns nach deutschland oder vielleicht nach österreich frankreich holland oder schweden aber der größte teil will natürlich nach deutschland weil es in deutschland die meisten sozialleistungen gibt darum täten wir gut daran wenn wir dafür sorgen auf europäischer ebene dass nicht die eu-gelder beispielsweise 50 milliarden für die ukraine verschwendet werden sondern dass eu-gelder hier an dieser bulgarisch türkischen grenze investiert werden dass ein zweiter grenzzaun gebaut wird dass die grenzpolizei mit besseren fahrzeugen und technischen equipment ausgestattet wird dass mehr personal auch eingesetzt wird denn wenn man diese grenze wirklich schützen möchte diese eu-außengrenze dann ist dies möglich die jahre vor 1990 haben es gezeigt dass es möglich ist also wäre es auch jetzt möglich aber offenbar will die eu diesen grenz schützen ich und bulgarien ist alleine dazu nicht in der lage wenn wir schon sagen wir wollen europäisch zusammenarbeiten wäre das eine sinnvolle zusammenarbeit denn wenn wir ein bisschen eu geld in bulgarien investieren diese grenze und durchlässig zu machen das gleiche auch noch an der türkisch griechengrenze machen diese grenze genauso und durchlässig machen sparen wir in deutschland und auch in berlin sehr viel geld was wir für die illegalen migranten hier ausgeben erinnert euch das ankunftszentrum tegel 1,2 millionen euro pro tag nur diese unterkunft tegel in berlin das geld könnten wir sparen wenn wir gemeinsam mit dem organ europäischer eben natürlich nicht nur die deutschen sondern alle europäischen länder hier effektiven grenzschutz betreiben würden ja was ist sonst noch so passiert diese woche ein pfarrer der als parteiloser in sachsen-anhalt für die afd kandidieren möchte auf kommunalebene für ein stadtparlament den hat die kirche mal eben kalt gestellt denn die evangelische kirche meint die afd wäre keine partei wo ein pfarrer kandidieren dürfte und wäre mit der kirche nicht vereinbar naja also das ist schon ein starkes stück was die kirche sich hier leistet ich kann jedem empfehlen der nach mitglied einer kirche ist ob er nicht vielleicht aus der kirche austritt ob die kirche nicht vielleicht falsch ist die mitgliedschaft in der kirche denn man kann ja ohne weiteres austreten ja ansonsten die wichtigste meldung ganz zum schluss saudi arabien hat den vorsitz in der un für die frauenrechtskommission bekommen ja sie hören richtig saudi arabien das land das vorreiter für frauenrechte ist evo nie auf ja ich habe mich da auch gewundert da weiß man wirklich nicht mehr was zu sagen sollen ich weiß was ich jetzt sagen soll ich wünsche ihnen frohe ostern genießen sie das osterwochenende und die ostertage mit ihren liebsten feiern sie frohe ostern und am montag gibt es natürlich auch am ostermontag das live event um 18 uhr und nächsten samstag wieder hintermanns wochenschau bis dahin viel glück beim eiersuchen musik